um um die Karte sehr durchlöchert ich gehe mal nach Norden ja man bräuchte echt hier noch so einen Rahmen oder so würdest du hier so hinklatschen kann man das auch noch schräg machen oder kann man nicht das passt nicht mal da oben dran da alles gut und seine Nummer gemacht haben 3 Meter Schild wird auch reichen 5 Meter ist fast zu viel na fast vielleicht so ich muss das Bildbrät finden dann kann man ein Wildbrät ein Torf machen ach ja ich müsste ja die Ernte mal einholen und ich müsste vielleicht was essen also wow wo wer hier ist nicht an oder ausgemacht oder war das ein Blitz das tut auch so Schläge als ob einer mal kurz ah ja Gewitter ja es donnert wir haben Gewitter wir kriegen Gewitter deswegen auch der Wind jetzt das wird gut ich bin ein bisschen kühl um 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 und das es ist ja ja es ist äh da war ja was doch so rote äh grüne Mütze und verkollt wird woher wir nicht warten alle auf gewitter jetzt wird es gemütlich bei euch ja ja ich lasse sie zumindest mal so liegen ja sollte ja irgendwann eigentlich noch dies bauen ich brauche mehr steine leider ich muss noch mal die mine ich habe so gerade gesehen aber irgendwo gerade ein hase ist sieht man im scheiß hohen gras nicht ja die ernte ja genau nicht vergessen gut also ich muss die ernte einholen ich muss ich brauche mehr leben denn uns ist schon eben ausgekalkt hier ist mehr so ein blau wirken ohne Leben kein Pflasterstein und Pflasterstein keine Wände ohne Wände ohne Wände keine Sicherheit einaldes Deutschland hoher K denkern mit Leben dazu ich bin so oft der passiert die Uhr hier bevor er zu leben Antibiotika und er nicht das Schaft der Teile und Maschinenpistolen-Teile. Das ist immer noch voll krass, dass das alles Lehm ist. Du bist der Lehmbaumeister. Ich bin hier schon im neuen Gebiet, wo ich noch nicht war. Jawohl. Vielleicht gibt es ja Tiere, wo wir ihn noch nicht kennen. Bären. Die Bräume, der gibt es, die geben Ruhlfleisch. Ein Reh. Oh shit. Das wird gleich mega donnern. Das hängt genau beim Kreuzberg. Dann zieht es vorbei. Wahrscheinlich. Da. Wo sie sind. Das ist so wichtig. Gartenlitz. 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 Und Mäder. besser noch ein bisschen herzlich willkommen zum farming simulator 2018 ihr seht ich fahre gerade die Maisernte ein mit meinem treuen Trecker ja es regnet es regnet ich hab die Fenster alle offen aber egal das ist gut wird es mal kühl hier drin naja das auf jeden Fall Regen so 234 Maiskolben wie viel hatte ich gebraucht ich weiß es nix mehr Scheiße aber vielleicht die Kollegen ne die können es doch nicht wissen warte mal 13 mal nee 8 mal 6 oder 78 Samen brauchst du aha okay wo weiß die das die weiß alles so Rezepte 3 abknallen 78 nein leben dick höher 4 4 in der Baum versteckten 4 3 4 3 4 4 in der Baum versteckten 4 4 5 5 5 5 5 ja da ist es ja bisschen unlogisch dass du aus einem Maiskolben nur einen Samen rauskriegst oder? ich dachte immer jedes Maiskörnchen da ist doch eigentlich ein Samen und Norden war echt ne gute Idee zu laufen anscheinlich Norden Richtung Alte Heimat Richtung Alte Heimat Richtung Alte Heimat ja wir sind halt Nord ja und zieht halt immer dahin da geht was oh Schnee Schnee sage ich doch die Alte Heimat und mit die Lampe steckt an so Maisfeld ist wieder gepflanzt Honi So dann fahr ich mal die Kartoffeln an der und von den gefunden Erste und da vorne guckt man die Stadt oh 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 so sind das nicht gewachsen Ich habe hier eine ganze Reihe an Pflanzen, die nicht gewachsen ist. Das ist ungut. Das ist sehr ungut. Ich glaube, das liegt ja... Ja, liegt nicht. Haha, Stahlpäume. Die? Oh, endlich. Ich habe ihn wieder gefunden. Mein Puffermandel. Aber das da vorne würde mich jetzt aber ganz stark interessieren. Die Stadt. Aber ich habe da noch ein anderes gesehen. Die sind jetzt nicht gewachsen. Das macht mich jetzt ein bisschen... ...kirre. Vor allem, hier ist ja eingepflanzt. Die müssten doch eigentlich hätten die... Oh, das ist ja super. Ah, da gibt es... Das sind überall Benzinfässer. Oh, ja, stimmt. Und Autos jede Menge. Und Zombies. Äh... Da. Benzinfass. Eins. Das ist auch nicht gewachsen. Zwei. Das macht mich ein bisschen nervös, aber... ...ja, kriegt man schon noch. Das ist nix. Schauen wir mal rein. Machen wir euch da auch mal ein. Ich meine... ...mein Hakebeil. Also, wie noch ein Prinzip ist. Da, wieder eins. Oh, was war da? Oh, von mir hier. Oh, die Baumwolle ist gewachsen. Oh, wieso da drüben das nicht? Komm, 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 komm. Komisch. Komisch. Oh, yeah. Ne Knarre. Oh. Wie konnte ich den mitnehmen? Vielleicht nicht gedüngter Wechsel langsamer. Ja, aber ich meine, fast 90% des Fels ist nicht gedüngt, aber das ist ja alles gewachsen. Ja. Weil der ganze Bereich hier ist nicht gedüngt. Hier ist gedüngt und ich glaube, hier ist ein bisschen gedüngt. Ja, das da. Aber der Rest ist alles nicht gedüngt gewesen, glaube ich. Ne, war ja alles nicht, weil so viel hatte ich ja gar nicht. Scheiße teuer in der Herstellung. Verwerten. Wissen. Okay, dann musst du es bauen zu tun. Ja. Wissen, Wissen. Zulai. Da-da-da-da-da. anha. Wissen, Kreisers. Na ja. Keinster. Kannst du mir nicht? jetzt auf einmal ist das scheiß Ding fertig gewachsen aber es wächst ich lasse es mal ich bin mir nicht sicher ich bin mir da genug mehr herstellen ja ok das kommt raus ein Zombie hat er hingeschifft das kommt raus ich tu die Radkippe weg ich brauch Platz um dem ok also hier auch wie alles alles geludert alles geludert wie ich egal auch ob er sie für sind genommen es ist auch noch zum Lander was ist das? spirituosen noch ne eieieieiei ja die haben auch immer mehr ausgehauen ja die waren aggressiver ja die waren aggressiver doch ich will nach Norden doch schwule nach Westen da lang will ich das ist so dünge das weiß ich da kann ich nichts machen bin ich sicher ich glaube ich weiss die weiss die nur weg die Adäften ja ich hab genug Samen für das ganze Feld aber das ist das ist das ist das ist das ist wenn ich sage ich hole Fleisch dann hole ich fleisch das ist das das ist so weiter nach Norden muss man natürlich hier gehen Mann. Lambe? Lambe. Mann. Aua. Da haben wir aber einen Schlag gegeben. Aua. Das ist ja so hartnäckig, nervig. Das ist, was ich dann mache. Ich glaube, ich mache. Oh ja, weißt du es Gott? Ja, ich möchte die kühle Luft. Ja. Oh scheiße, das ist der falsche. Wollt ihr das zu reparieren? Nee, natürlich nicht. Warte mal, ich mache das mal an, dass ich glaube, das ist das Problem hier. Hier ist zu wenig Erde. Oha. Sag du. Hey, so kriege ich auch wieder Steine. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Wo waren das hier? War das bei... Ich glaube, das war sogar bei Dekoration. Erd... Was ebenen... Wow. Das war ein mächtiger Blitzgrad. Die Bude war hell. Wer macht bitte bei solcher Trockenheit die Feuerwehr? Ja, das weiß ich auch nicht. Das muss echt zwar den hat. Irgendwie. Das ist das normale Erdboden, oder? Ja. Ich fülle da einfach mal ein bisschen Erde auf. Ich höre doch schon, dass es eine Neude ist. Ja, ich war bei dir aber. Ja, die ist da oben irgendwo wieder. Das ist die Schmiede. Die zieht die an. Hm, die Wärme. Scheint so. Ja, weil das war bis jetzt immer so, dass wenn die Schmiede irgendwo gelaufen ist, und die ist permanent gelaufen, dann wurde die regelrecht immer davon angezogen. Das ist... Ein Epi. Ja. Ja, Froschi, das ist echt fahrlässig. Also, bei so einer Wärme sollte man es vielleicht nicht übertreiben. Was wirklich so in den Nachbarn beim Nachbarkaufen? Und? Äh... Dass du eine Strafe kriegst, wenn du jetzt Blumen gießt. Echt jetzt? Wegen Wassermangels. Was bei uns ist Wassermangel? Ja. Okay. Also, wegen Wasser geht, aber kein Wasser aus der Leitung nehmen. Wenn du erwischt bist, kriegst du eine Strafe. Ja, und was ist denn mit den ganzen Leuten, die ich heute gesehen habe, die zum Beispiel in Neustadt all ihre Autos aufs Abstand gewaschen haben? Ja, das wird eigentlich momentan auch nicht sein. Ja. Deswegen, ich meine, das ist jetzt auch nicht gerade die Welt von uns entfernt, deswegen... Das ist schon deswegen... Ich weiß, wir haben Hunger, wir wollen was essen. Also, wie viel Fleisch gehörst du dabei hab? Ich schloss Schütze. Äh... 45... 232. Aber es... Sind schon mal 32 Bildbrät, so es muss auch rechnen. So. Jetzt habe ich die Ecke hier nochmal ein bisschen... verbessert. So habe ich jetzt 100 Kartoffeln... Hä? Ich habe doch 78 gemacht, nicht 100. Zeich 100 Saat... Ah, so. Ja, klar, wenn du die... Wenn du die Saatkartoffeln kaputt machst, bist du wieder neu. Das habe ich nicht gewusst, aber egal. So, dann... Was ist das gut oder schlecht? Ja, ich meine, ich habe jetzt mehr Saatkartoffeln, als ich eigentlich bräuchte. Hm, das ist so. Ja. Ich muss irgendwie mal mitnehmen, mit Verputzen-Pulley. Und bitte ist es uns kalt. Äh, mir ist schon kalt. Also... Äh... Ich bin nur schon bei 42 Grad. Ich bin nur noch... Ja, wer weiß, vielleicht war bei Seven Days jetzt auch eine Trockenzeit. Hier auf jeden Fall. Weil hier nicht eigentlich... Hier ist doch Schnee. Aber auch... Aber es hat schon lange nicht mehr geregnet hier. Stimmt. Jetzt muss man das saßen. Ich muss schon wieder Lambertschick hin. Das knirscht in der mir. Okay, dann ist es in 15 Uhr. Glaube ich mal Richtung Heimat. Und nimm noch mit, was ich kriege. Na, komm schon. Vielleicht habe ich die das letzte Mal auch nicht alle gleichzeitig gesetzt. Ich glaube, da... Ich glaube, da gab es Probleme. Ach, guck mal an. Bibi ist online. Bibi? Ja. War bis jetzt mit meiner Schwester am Tratschen. Oder Ratschen. Zu lange. Ah, okay. Die Bibi. Die Julia sagt, da musst du nachts deine Regentonne voll machen. Ja, so ungefähr. Was zum Geil war das? War das auch kein Hagelkorn, oder? Bei uns macht es gerade hier in der Nachbarschaft irgendwie komische Geräusche. Das wäre so ein Tennisball drumherum gefallen. Ich glaube, da hinten, wenn man da hinten in der Ecke plätschert, ich glaube, da ist jetzt gerade wie diese Backsteine oder so bei denen aus der Watt rausgekommen. Das kann schon wirklich sein. Das Gewitter ist so schnell vorbeigezogen. Die Neustädter freuen sich. So. Alles klar bei euch. Ja. So weit. Wir kommen gut voran, wie du siehst. Ja. Ich erfriere. Warum erfriere ich? Ich erfriere, nicht du. Ich erfriere auch. Mir ist kälter als dir. Ich bin hier irgendwie voll am abgefrieren. Das gibt's ja gar nicht. Sterb! Fall um! Du bist hungrig. Kann es sein, dass es hier irgendwie teilweise ein Schneegebiet ist? Weil sonst wäre der Baum hier ja auch nicht weiß. Nee, ich habe doch mal eine Fichte gepflanzt, eine weiße Fichte. Ja, weiß wirklich. Oh! 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 Und noch einer. Und da ist noch einer. Die würde gerne frieren. Oh, bei uns ist es kühl. Bei uns ist es jetzt richtig schön kühl. Man muss schon fast so machen. Oh, shit. Einmal. Ja, sie hat geschrien. Oh nein. Es ist mir schnell die Dosis Chili, bevor die anderen anrücken. Aha. Ah! Ah! Ah, die ist die da angelockt? Ja, doch. Ich glaube schon, die hat jetzt einen fucking Bär angelockt. Das ist schon nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ach. Immer dann, wenn es gerade überhaupt nicht passt. Das so gut läuft. Ja. 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 in der Kleidung. Oh, ho, ho, ho. Oder mach ein Lager voll. Ich muss gleich in die Mine von daher. Da ist bis zum Warm. Und weg vom Bär. Ja. Welcher Seite vom Berg ist sie eigentlich? Von der Bär. Der Bär. Der Bär. An uns ist das Gewitter vorbeigezogen und es ist keine Abkühlung vergönnt. Ne, ihr müsst ein bisschen schmoren, ihr seid auch alle in der Stadt. Ja. Deswegen müsst ihr schmoren. Ja. Ja. Wir brauchen das für unsere Felder. Wir sind ja alle hier nur Bauern. Ja. Apropos, ich brauche noch Steine. Und Hunger. Ich eile. Alter. Ich esse mir jetzt einen Maiskolben. Tu das. Wir haben eh genug davon. Ja. Na ja. Na ja. Na ja. So kochen. Dann müsst ihr so erst mal hochrennen, bis ich hochgerannt bin. Ich wollte die Steine klopfen, damit ich wieder Dings soll. Na ja, ihr Bauer. Bauer, bitte. Mit N am Ende. Das ist der Plural. So. Und ich stehe hier neben der Schmiede und erfriere. Es sind zwei Schmieden am Ding. Ja, jetzt steigt die Temperatur mal bis zu. Das ist nicht mehr normal. Ich komme, glaube ich, auch langsam mit dem Schmied. Warme Gebiet. Lombecheck. Ja, der war auch böse. Und das jetzt sehr. Das ist... Das ist nicht die Autowerkstadt. Das ist ein Gefängnis oder... Ne, das ist ein Kino. Ja, und das Motel. Das Linke. Das ist der Rest von der Stadt. Das ist ein Bruder. Das Bruder. Das Bruder. Das Bruder. Und ein Pils. Oder? Ne. Pass and Gas. Pass and Gas. Pass and Gas. Das ist das Tankstelle. Da gibt es noch ein paar Benzinfässer. Oh, ich habe null Essen. Oh. Oh. Mal kurz... Die Stadt im Norden. Oh. 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 weit weg auch schon hier so nicht nur worden was für die Flitzpiegel wird die Goldhaus was uns schlagt mit dem Blumen hoch soll ich lassen das kennen wir nicht recht sind sie ist sauer Deutschlehrer auch noch über ja alte Schule die Alten Untertitelung des ZDF, 2020